Hi Leute, also ich werde heute für euch vloggen. Heute ist Silvester, also morgen, heute Nacht. Auf jeden Fall vlogge ich heute mal wieder nach langer, 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 langer Zeit und ich hoffe es wird euch gefallen. Und ja, ich werde gleich einkaufen gehen, was backen danach und ja, ich nehme euch einfach mal mit. So Leute, ich habe jetzt ein paar Sachen eingekauft, werde jetzt aufs Backen für heute Abend, weil wir da zu Freunden gehen. Und dann habe ich gesagt, ich bringe Nachtisch mit und ich habe jetzt so lange beim Edeka gebraucht, jetzt mal sehen, was ich alles machen werde. Eigentlich wollte ich drei verschiedene Sachen machen, mal sehen, wie viel ich jetzt machen werde, weil es ist schon richtig viel Zeit umgegangen und ich habe diese Zeit nicht. Leute, ich FaceTime gerade mit Alina und das Beste war einfach, als mich Alina angerufen hat, war ich in der Badewanne und es war einfach so Lachflash. Leute, guckt mal, wer da ist. Hi, Emilia! Und was darf ich natürlich machen? Ich darf die Emilia schminken, wie jedes Wochenende, gefühlt, gefühlt. Also dann, schaut euch ihr Gesicht an. Bis später. Bis später. Bis später. Oh, 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 oh. Ups. Stell dich mal da hin. Okay. Ja, das ist halt scheiße, weil das so Fisch-Ei ist. Aber Leute, es sieht so schön aus. Oh, Mama Mia. Okay, danke. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Also, wie? Egal. Sieht super aus. So, Leute, ich sehe jetzt mittlerweile auch aus wie ein Mensch. Und du hast ein bisschen in der Zwischenzeit bekommen. Emilia ist schon wieder gegangen. Und jetzt gibt es gleich Essen bei uns. Und es sieht so lecker aus. Schaut mal. Jam, 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 jam. Richtig typisch gibt es bei uns. Raclette. Aber ist auch lecker. Ja, du hast es gekommen. Haben schon erzählt, glaube ich. Und wie immer bist du pünktlich. Oh, guck mal, man sieht einfach nichts, wenn ich nur Milch zeige. Also nichts von dir. Sieht schön aus. Leute, ich habe gestern Nacht noch diese Ballons hier aufgepumpt, weil ich ein Bild machen wollte. Und einfach ist mir dieses Scheiß-Upsilon-Glass. Ich habe zu viel Luft reingemacht. Aber provisorisch habe ich es jetzt wieder hingeklebt. Voll nice. Leute, wir sind jetzt... Boah, ich sehe hier so hässlich aus. Wir sind jetzt bei Lucky. Und ich habe jetzt übrigens doch alle drei Sachen gewacken, die ich backen wollte. Ich weiß auch. Ich weiß auch. Mahlzeit. Guten Tag, Gastgeber. Boah, guten Tag. Ich vlogge heute. Vlogge heute. Wir haben jeden lustige Spiegel gegeben. Du bist Vanessa? Ich war lustig. Haha, ich heiße wirklich so. Oh mein Gott, so lustig. J-Sip. Wegen Sip, weißt du? Okay, ich gehe, ich glaube, mit Chines mit. Wie hat er gesagt, dass du... Hä? Hä? Sag hi zu YouTube. Hi zu YouTube. Hallo. Man sieht es, glaube ich, nicht. Hä, was passiert da jetzt? Ja, ich nutze dich auf YouTube. Wie schreibt es mich schon auf YouTube? Geil. It's vlogging time. Ach so, Leute. Ich bin gerade hierher gekommen. Und gehe gleich aber wieder. Dahin, wo ich davor war. Also nicht wundern, ne? Ich bin gerade weggeworfen für die Raketen. Wie dumm. Oh, was für die Flasche. Für die Raketen. Ich habe keine Flasche. Nimm deine Hand. Ich mache es. Nein, du machst es nicht. Doch, ich mache es. Nein, du machst es nicht. Ich habe es schon oft gemacht. Nein, das machst du nicht. Ich weiß, wie das funktioniert. Joppy, das machst du nicht. Ich finde es ein bisschen cool, dass du mich so nennst. Das gefällt mir eigentlich. Ja, auch, weil das hört sich schön an. Ja. Die ist ein bisschen fehlgeschlagen. Ich glaube, der Rast ist gut. Ja, der Rast ist doch ein bisschen gut. Bamm. Also ich werde jetzt hier in die Mitte was, okay? Nein, nicht in die Mitte. Das ist nicht gefährlich. Bist du dumm? Das ist nicht gefährlich. Das ist ja okay. Das ist nicht aufgewohnt. Also wir waren jetzt ein bisschen ballern. Und jetzt sind wir in Schmidis Zimmer. Und da ist Schmidi. Zieh deine Schuhe aus. Oh Mann, das ist voll beschlagen. Das ist voll beschlagen. Das ist voll beschlagen. Okay, jetzt ist nicht mehr beschlagen. Da ist Franziska. Da ist meine liebevolle Freundin. Da ist Steffi. Ja, du kommst. Da ist Franziska. Schmidi. Ja, du kommst. Was hältst du von denen? Ihr Leute, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und hattet einen schönen Silvester. Und ich freue mich auf ein tolles neues Jahr.